Schalke lebt und wie und das mit einem ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Hertha BSC, gegen einen direkten Kontrahenten und damit auch Gegner und sozusagen ein 6-Punkte-Spiel und das hat man hier wirklich mit Kampf mit spielerischer Qualität auch gewonnen, zu Hause natürlich in der Feldins Arena, ganz wichtig natürlich auch von den eigenen Fans und lasst uns doch mal gleich in dieses Spiel hineinschauen und schreibt mal gleich vorweg, wie hat euch dieses Spiel gefallen und glaubt ihr an den Klassenerhalt von Schalke und wie schaut es aus mit der Hertha? Denkt ihr, dass das jetzt wirklich noch ein großer Stich in die Seele von den Hertha-Fans war? Gernst du mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Starten wir mal gleich in die Partie und Schalke startete mit einer Aufstellung, wo Yoshida verletzt war und auch Latza ein bisschen die Fans überrascht hat, aber sie starteten dann eben gut rein ins Spiel, gleich mit einem überstarken Skarke, der hier das 1-0 macht mit einem fantastischen Schuss, wo auch Christensen im Tor von den Herthanern keine Chance hatte. Der 1-0 für Schalke in der dritten Minute, perfekter Start und es ging gleich weiter mit Schalke, ja Euphorie, denn in der 13-Minute Marius büllte nach Vorlage von Skarke mit dem Kopf zum 2-0 und einer euphorischen Anfangsphase für die Königsblauen. Und Hertha wusste nicht so, wie ihnen geschieht, sie waren auf jeden Fall nicht so gut vorbereitet wie die Schalker und haben auch den Ernst der Lage noch nicht so erkannt und das 2-0 war auf jeden Fall verdient zu diesem Zeitpunkt. Dann plätschete das Spiel so vor sich hin und natürlich Schalke in der Euphorie, Hertha musste sich sammeln, konnte dann ein bisschen besser wieder ins Spiel kommen und desto länger die erste Halbzeit dauerte, desto stärker wurde auch Hertha. Und das, ja, zeigte sich dann durch den Anschlusstreffer von Steffen Jowertic in der 45. Minute, auch ein tolles Tor, ein bisschen ein Gewusel im Strafraum, Ball fliegt zu ihm und er macht ihn im Stil eines klassischen Stürmers, so wie man ihn auch kennt. Und somit 2-0 in die Halbzeit und dann wieder ein bisschen die Frage, ja, kann Hertha noch rankommen? Spoiler überhaupt nicht, denn Schalke macht dort weiter, wo sie aufgehört haben, direkt nach der Halbzeit Simon Terrode mit dem 3-1, bitte den Verein verlassen, macht hier aber noch das Tor und diesmal wieder auch schön zusammengespielt, vor allem auch als klassischer Stürmer im Strafraum und zeigt nochmal seine Torjägerqualitäten, 3-1 für Schalke und danach, ja, wurde das Spiel wieder deutlich neutralisiert, Schalke natürlich müssen nicht mehr machen, Hertha muss machen, Hertha kann nicht mehr machen. Und dann folgt das 4-1 sogar, noch durch Marius Bülter, wahrscheinlich mit gar kein Man of the Match und ich ärgere mich gerade, dass ich ihn bei Kickpass doch nicht aufgestellt habe, das ist mein Verlust, aber definitiv nicht für Schalke und 4-1 und was für ein unglaubliches Spiel für Schalke im Abstiegskampf, das kann man auch mal wirklich dieses Feuer für den Klassenerhalt, ja, aufflodern lassen. Jedoch die Hertha gibt nicht auf und vorallend einen Konter dann noch über den Gang kam, über Luque Bacchio, schön mit dem Tor von Marco Richter, der nochmal einstaben muss ins Tor, wird dabei auch noch Unglück von Matriciani getroffen und muss dann im Gesicht behandelt werden und die Hertha nochmal mit einer kleinen, ja, zeigen nochmal, dass sie da sind, aber trotzdem das Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt schon recht deutlich. Und dann sogar noch das 5-2, um den Deckel drauf zu machen durch Kaminski, den Innenverteidiger mit einem wunderschönen Freistoß ins Eck und wieder mal Christensen keine Chance, einfach wuchtig, präzise und somit für Schalke das absolute Erfolgserlebnis. Und so gewinnt Schalke wirklich überzeugend gegen eine schwache Hertha, die jetzt letzter ist in der Tabelle und Schalke ist auf dem Relegationsplatz und das ist natürlich wirklich wichtig für Schalke, nächsten Wochen stehen noch wirklich schwierige Duelle jetzt an und aber die Hertha jetzt im direkten Duell verloren, wirklich momentan sehr letharisch unterwegs, da muss man sich Sorgen machen im Moment, spielerisch ist das einfach nichts. Und Schalke kann zumindest mit diesen kampfstarken, spielerischen Momenten zu Hause überzeugen und es wird auf jeden Fall ein weiterer spannender Abstiegskampf. Jetzt mal meine Frage an euch, glaubt ihr, Schalke schafft den Klassenerhalt nach dieser Leistung und was denkt ihr über die Hertha? Ist das schon ein bisschen Armutszeugnis gerade für den Verlauf der alten Dame in der Bundesliga? Ich diskutiere mir immer gerne mit, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, gerne dazu die Kommentarsektion aussuchen und ich mache das natürlich auch. Und gerne ein Like da lassen, gerne einen Kanal abonnieren, falls es euch gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Video. Habt noch einen sportlichen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao!